Der Wohlsang gefällt mir nicht. Den Kleinen finde ich gut. Ah ja. Natürlich, kein Problem. Mały! Chcesz zarobić? No. To idź. Słuchaj, ten facet chce być patronem. Chodzisz tylko z nim, zero wyskoków. Zresztą się nie opyla, opatrzysz je i potem masz kilka razy mniej. Kumasz, nie? Mhm. O, to tyle wstępów, skakuj. Ja, weiss alles. Bis dann. Ciao. Dzień dobry. 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 Er ist sehr gut. Ich denke, dass er mein Film macht. Es bedeutet, dass wenn der Mann, der Hauptcharakter, nicht gut wäre, der Film wäre nicht gut, auch. Aber er ist fantastisch. Und ich fand ihn bei den Castings. Ich und meine Partnerin, wir haben viele Castings gemacht. Und über halb ein Jahr, wir waren für einen Mann, der kann spielen, der kann sehr wahrnehmen, bevor der Kamera. Und er hat eine sehr wahrheitliche Verhältnis für den Film. Und man kann glauben, dass er der Mann, der Geschichte ist. Er ist fantastisch.